Ich bin Slenderkiller und heute spielen wir Zombies mit Slenderkiller und Mario 2s. Seid ihr bereit für Spaß, weil wir sind. Was machen wir als erstes, Marvin? Ja, ganz schön, mal gucken, was wir machen können und dann... Das ist nicht meine Familie, das ist nur so die Nachbarn wie ein... Alter, ich kill zwei, du kill zwei. Eins, zwei... Aber die Verbindung ist scheiße gerade für mich. Ja, aber bei dir hast du gute Verbindungen, wenn du mit mir spielst. Ja, okay, wir machen von 9. Ja! 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 Warte, geh mal meine, glaube ich, weil du hast immer gute Verbindungen bei mir. Ja, aber besser als... besser als keiner, okay. Spielen Transit. Hoffentlich hast du gut Verbindungen. Wenn nicht, dann... Oh, dann keine Ahnung. Ich muss ihn mit Englisch machen. Das passiert bei dir. Wenn ich... Wenn ich schreibe. Jetzt nehme ich auf. Ich bin mit ihm. Das ist gut. Ja, das ist gut. Javi! Javi! Puss! Schau mal vor, man hat seine eigenen Klassen. Oh, dann hätte ich die Raygun genommen und die Raygun und die Papalisator und so im Klang. Oh. 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 Vielleicht doll ist es nur so ein bisschen, keine Ahnung. Einfallgefallen. Ja. Nee! Gnade! Hast du das? Mach mal den Ton bei dir ein bisschen leise, weil es ist grad lediglich laut. Mach mal den Ton bei dir ein bisschen leise, weil es ist grad lediglich laut. Ja. Also nicht so leise, aber... Oh, es lädt grad ein bisschen. Oh, du hast schon 1000 Euro, Mann. Ja. Du kannst dir jetzt die B32, 23A holen. Schnell! Komm nur rein! Ich kann das schon. Kann man das nicht so besser? Ich hole mir gleich die B23. Rrrr. Ah, der mir heiß. Rrrr. 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 Eh, Mann ist lecker bei mir. Ich komm grad nicht schief. Bei mir bist du grad aus dem Bus geflogen. Da bist du grad aus dem Bus... Rrrr. Ja, ich lass mich nicht. Hier ist auch sein, du Fliegel so... Durch die B32. Bei mir bist du grad aus dem Bus geflogen. Ja. So, gris. es ist und kann sich gar nicht hinlegen wo es ist scheiße Heh! Zombie! Reiß noch! Ist auch sie mit der Pistole da! Ah, ich bin verbrannt! Boah, ey! Ihr könnt uns auch essen, wenn ihr wollt, also... Du wirst das nicht mehr... Ich habe keine Frage, nein, Spaß! Hehehe, danke! Nein! Also sein Name ist Mario Tools, also... Mario und dann sind unten... Blende doch mal die Spielerliste ein, wenn wir sie sehen! Da! Ne, nur einmal selekt uns! Schütze es mal! Okay, da! Ja! Wenn ihr es lesen könnt, als... Ein Mario T... 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 U... C... Mario T... U... C... Das war's! Mario T... T... U... Z... Ja! Du... Ja! Ja! Ich mach mal bitte die Tür auf für dich schnell, dann kannst du Kiste holen! Ja, ich hab wieder Insta-Kill-Root. Hä? Insta-Kill-Root? Ja, einmal Insta-Kill-Root und einmal darüber noch mal rot. Hä? Was ist das denn? Ah, bestimmt weil du den Busfahrer gehittet hast. Keine Ahnung, der hat dir irgendwo Power gegeben oder so. Hier kannst du die ganze Kiste holen. Wir können das ja mal in die Kommentare schreiben. Hm? Und was das sein kann. Wir können die Kiste holen. Wir können die Kiste holen. Wir können die Kiste holen. Hah! Hm, war die Kiste. Ah, chikken. Bei mir ist es auch manchmal... Bei Multiplayer ist es meistens so. Manchmal, wenn einer stirbt, kriegt er eine bessere Verbindung. Keine Ahnung, was ist bei Ensa passiert. Keine Ahnung. Lieber nicht. Das ist mir wie lang. Lang. Keine Ahnung. 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 Ah, das sind, guck mal, dener. Was macht diese Lade aus? Oh, mein Gott! Hata! Ding, ding, ding! Oh, Ninja. Nur, dass ich's wüsse, wenn den Scheiß-Verbinder hat niemand mit MPG schwingt. Entschuldige. Oh, die S.M.I. Wann muss man die einladen? Oh, ich muss nachladen! Nachladen! Mein Stier! Fand ich ne neue Waffe. Hol' mal ne neue Waffe. Ach, MPG! Was ist das? Ach, PD, ne? MPG! Ah! Oh, ne, ich hab die S.M.A. bekommen! Mann! Ja, aber davor hatte ich noch... Warte, ich nehme mal die MP7. MP5 meine ich. Die nehme ich nur so gerne MP7. Die Bus kommt! Die Bus kommt! Sie muss es! Sie muss es! Sie muss es! Äh! Ja! Komponente oder auch so viele ich weiß ich kenne es nur so gut das Schild aber ich werde ich nirgendschuld nicht weil ich brauche als es ist Ich lag an Achtung. Eine Buskamera. So, jetzt bleib ich nur einmal stehen und warten müssen. Ich bleib einmal stehen. Oh, oh, oh! Ich hab grad mal das Abo bekommen, wo du rausgegangen bist. Ja, mach mal. Du hast ja eh ne Scheiß Waffen. Okay. Ich hab grad mal das Abo bekommen, wo du rausgegangen bist. Mach Glück. Stab! Stab! Wo bist du denn jetzt? Wo bist du? Ich bin noch im Gnade-Schlüge. Ich bin noch im Gnade-Schlüge. Da bist du ja! Yay, du hast gute Connection, Marvin! Guck dir mal deine... Guck dir mal deine Connection an, Alter! Alles grün! Spielst du gerade? Nee, ich guck dir mal zu. Du musst dir mal eine zu Ende machen. Alter, hast du die Connection gesehen, Alter? Die ist voll grün jetzt. Nee, ich dachte blau. Oh, ich dachte orange. Komm schon. Du musst gleich nach hinten los. Du musst ja erst mal. Oh, na, 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 na. Headshot! Headshot! Hoi! Headshot! Oh, man! Huh! Ich lass dich sterben mit dir. Mach doch noch ein bisschen schneller an den Fußhaut. Ja, ich kann gar nicht so schnell. Ja, ich kann gar nicht so schnell. Ich weiß gar nicht so schnell aus. Oh, ich kann gar nicht so schnell die gate, ich kann gar nicht so schnell, ich weiß gar nicht so schnell. Ich kann gar nicht so schnell außen. Bist du dich in deinem Geheimden? Was du dich in deinem Geheimden?! Nee, warum?! Du bist du dich dann übernommen! Ja! Ich versuch's. Ich versuch's. Ey, Mann. Du hast gerade voll die gute Verbindung, ey. Das ist so ein kack, ey. Nein, genau. Wir hatten. Weiter. Oh. Episode. Oh, ich hab keine Muni mehr für die Scheiß. MP5. Ah, wo bist du? Ich hab so einen Affen gehört. Ich hab so einen Affen gehört. So ein... Ich hab so einen Affen gehört. 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 Wo wollen wir denn eine Szene? Oh Mann! Gibt es keine Waffen? Du hast die Remington, aber die will ich nicht. Du Kackwurst! Alter Maren, du bist gerade gekommen in meiner Rettung. Du Kackwurst! Das mischt die Leute in meiner Rettung. Das war ein paar Geld. Türgeier. Türgeier. Ich denke, das ist krass. Was ist das hier? Alter, bist du drin? 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 Du hast schon geschafft. Ich hab dir Remington. Ich mach mal Müll. Du bist so sexy, Alter, muss ich sein. Alter, war gerade dein Körper drin? Das ist meine Brin. Du hast ein Pläne. Perverse Schwein. Ja, gleich spielen wir mit den Ultimate Player, ne? Gleich spielen wir mit den Ultimate Player. Du kommst ja alleine an die scheiß Gränechen, Alter. bei mir fliegst du die ganze drum alter du bist unsichtbar du bist unsichtbar alter wenn du wenn du das Youtube wieder gucken kannst alter dann wirst du schon sehen was passiert alter der ist auch nicht so glitsch die ganze Zeit so rum ja ich hab die AK vergessen das kommt da hin wo sind die Teile hin Teile wo seid ihr da ist die Hand schnell mach den Strom an keine Ahnung wo es ist da ist ein Teil ich verblitze hier da ist die Hand nein da ist die Hand Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha Ey, das gute Connection! Du hast gute Connection, Wira! Du hast gute Connection, Atha! Ey, Machen! Du hast gute... Du hast voll die geile Connection. Immer, wenn du stirbst, hast Du... Vielleicht krägst du... Vielleicht kriegst du orange in die Connection, wenn du reinkommst. Vielleicht hast du Glück! das Video geht schon 20 Minuten also 20 Minuten Konnektivprobleme ich war auch groß Los die Tue herauf auf die Tue müssen Prozent mir hier also bei mir nicht gerade ich kann bei mir gerade Pause machen und so alles was machst du denn? oh man was ist denn los? game over von hinten alter ja mann ich geh taum spielen ich hab ja schon alles fertig gearbeitet hmmm wie kann man machen, dass die Bolzen nur Messer haben? ähm musst du auf Regeln finden ach ja das ist auch wie Zombies, ne? Kostüm Zombies man kann ähm Mensch ja das ist das ist das ist ein bisschen wie Zombies warte 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 lass mich die Lobby machen vielleicht kann ich dann dir die 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 Friedensmacher geben weil ich kann bei dir dann die Friedensmacher rein machen ich kann dir das dann ja Friedensstiffer ja ja ich komm bei dir rein ich weiß nicht wie man das macht geile Sau äh ne das ist ja also wir versuchen das ist also bei Black Ops ist das so man kann so eine Regel machen aber das ist genau wie Zombies ein bisschen nur dass das nur dass die Messer haben also die verfolgen einen mit Messer und das ist voll geil ok Kostümspieler ich lass dich mal ein 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 lass dich mal ein Spieler dafür rein ja zwei Spiele ey wenn hier jetzt eine gute Verbindung ist, ne? bleib mal stehen ich will mal bei dir reinkommen ach so jetzt, ok ey geh einfach in mein Team geh einfach in mein Team geh einfach in mein Team ok also wir spielen die Map ähm also nicht Newton weil Newton ist einfach viel zu nerflich wir spielen die Map Overfloor Overfloor ist geil Team Deathmatch regeln Unendlichkeit so wie bei überleben so wie bei überleben Unendlich oh man Team Deathmatch hitteln ach mal Leben 50% Leben? ja als Gesundheit dann mach das mal mit Budget Budget was meinst du das? bei mir steht auch Budget dass man mehr ach ja 17 so mach mal alles weg außer die Friedensstifter weil die kann keiner haben also dann haben die alle Messers die können das doch nicht nehmen weil die Bots haben das nicht nur ich hab das und du dann hast du Packer Punch Green? nein aber ich hab ich hab ein normales Packer Punch ja dann mach mir das das ist die kleine oder mach mir Gold mach mir Gold meine Katze ich mach mal alle Perks bin so weg ich mach mal ne Zombie-Klasse ich mach mal ne Zombie-Klasse ich mach mal ne Zombie-Klasse dann mach mal ne onde und Tony und damit ich schaue dann irgendwie das ich mach mal ne dann ich hab dann eine So, dann kommt das noch einmal hier ans letzte Konvenio. Okay, ich kann jetzt mal einen Muni bekommen. Okay, los geht's. Und die Bots... Okay, ich bin bereit. Gegen die Bots! Also, das ist wie Kostümzommys, aber nur... Ja, nur mit Messern. Und ohne Waffen kaufen und so. Kostüm. Kostüm, ja, Kostüm. Kostüm. Ich... Geh mal nach ganz unten. Da sind die ganzen Waffen, die du haben kannst. Ach, das ist gar hart. Nein, ganz unten ist nur, äh... Friedensmacher. Ja, hast du die jetzt? Ist die gar nicht. Ganz unten. Nein, da ist nichts. Warte. Ich hab da ein Messer. Okay, warte mal. Ich hab mir das scheißen Mädchen. Ne, das hast du Geld. Scheiße. Ne, ich hab gut. Ne, ich hab gut. Ich seh dich da mal. Warte, ich mach mal. Ach, da steht auch global, ach so. Muss ich mal wechseln. Ähm... Per Team. Was steht doch da, dass du es nehmen kannst? Bei Heavy Gunner, Mercenny. Ach, vielleicht hast du die nicht, oder? Ja. Ja, deswegen, ja. Dann machen wir das gar ab. Ja. Okay, mach ich mal kurz rein. Okay, ich bin bereit. Warte, ich bin mit der Oscar H. Schon bald. Tysan. Bereit. Steady. Go. Boom, boom. Boom, boom. Jocky, jocky, jocky. Was ist das denn? Mein Stuhl. Hast du die jetzt, ganz unten? Was macht mein Hund gerade? Hast du die jetzt? Marvin. Welcher? Die ist geh-haar. Ja. Ich hab die auch. Die ist voll geil. Mit Pucker Punch. Schau noch. Schau Pucker Punch. Ah, die kommen! Nie, 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 nie. Pass auf, die sind hinter dir... Ja? In Schein und Cage? Die ist gar nicht in der Cache. Hab ich dir nicht zugemacht? Hm. Ja. ich bin mit meiner, die ist viel besser wir sind nach hinten was ist, was ist, was ist was ist, was ist die kommt hoch schnuss oh, ich bin eine Schreste Bombe das ist nicht man muss, was ist ein die Ich muss sie mitnehmen. Ah, Marfen, die kommen alle rein. Oh, Marfen, du hast nichts gemacht. Too much action. Ja. Okay, okay, ich hasse ihn. Oh, Mann, ich komme. Oh, Marfen, die wurden gemüt... Ich hab den auch geklappt. Ey, die haben die Ska auch. Ey, Mann, Zombies mit Ska einfach. Die sind keine Zombies. Die Zombies? Oh, Mann, die sind scheiße. Los, 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 los. Machen Vorräte rein. Ah! Oh, Mann, ich wurde gemessen. Wo ist er wieder? Naaaaaah! Geh, 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 geh! Oh, er hat die Friensstifte. Oh, ich hab die gesehen. Mann, wir kriegen nie so viel Kills wie die. Oh, komm, der will die Friensstifte. Da ist der schon wieder! Komm schon wieder! Friensstifte! Ah! Ah! Oh, er hat mich getötet, dieser Sack. Oh, hier ist der Mann mit der Friensstifte. Oh, ich hab die Friensstifte. Oh, ich hab die Friensstifte. Ich hab die Friensstifte. Ich bin nehm! Ich bin nehm! Oh! Haha! Ich komm nur so! Blanker. Geh weg! Oh! Oh, der ist schon wieder! Oh! Der hat mich auch gekillt. Der hat mich auch gekillt. Der hat mich auch gekillt. Ist das Ender oder? Aha! Was ist denn? Oh, der Friensstifte! Nein, nein, nein! Lecker, lecker! Ich seh nicht! Ich seh nicht! Hahaha! Ich seh gar nicht! Ich seh nicht! Ich seh nicht! Hahaha! Ich seh nicht! Oh! Oh! Ich seh nicht! Oh! Oh! Die merken mich, ey! Oh! 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 Wir haben's wieder gewechselt! Oh! Wir haben's genommen! Diese scheiss Schu... Marvin! Oh! 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 Ich will mal sagen, das war's mit der Folge, ne? Ja Leute, das war's mit der Folge. Danke fürs Zuschauen und bitte liked uns und abonniert uns. Bye-bye!